Das Internet, zentrales Medium unseres täglichen Lebens in der modernen Gesellschaft. Millionen Menschen auf allen Kontinenten dieser Erde suchen tagtäglich auf unzähligen Webseiten nach Informationen, erledigen ihre Bankgeschäfte, gehen einkaufen und pflegen soziale Kontakte. Milliarden Bilder, Texte und Videos werden rund um die Uhr verschickt, empfangen oder bearbeitet. Die Hetzner Online AG bietet auf tausenden Web-Servern in den eigenen Rechenzentren den notwendigen Speicherplatz dafür. Damit dies immer reibungslos funktioniert, arbeiten an den Standorten Gunzenhausen, Nürnberg und Falkenstein weit über 100 Kolleginnen und Kollegen aus allen Fachbereichen Hand in Hand. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, sind wir auf der Suche nach Verstärkung. Wir zählen zu den führenden Web-Hosting-Unternehmen und Rechenzentrenbetreibern in Deutschland. Seit 1997 stellen wir Privat- und Geschäftskunden leistungsstarke Hosting-Produkte sowie die nötige Infrastruktur für den reibungslosen Betrieb von Websites zur Verfügung. Durch die Kombination aus stabiler Technik, attraktiven Preisen und flexiblen Support- und Serviceleistungen bauen wir unsere Marktposition im In- und Ausland kontinuierlich aus. Zudem wurden wir bereits mehrfach als bester deutscher Hosting-Anbieter ausgezeichnet. Unser Erfolg hängt unmittelbar von den Fähigkeiten und dem Engagement unserer Mitarbeiter ab. Daher legen wir besonderen Wert auf die Schaffung eines Arbeitsumfeldes, in dem sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Flache Hierarchien ermöglichen Freiraum für eigene Ideen. Faire Umgangsweisen und ein gutes Betriebsklima sind uns genauso wichtig wie freiwillige Sach- und Sozialleistungen. Freizeiträume mit Spielekonsolen, Kicker und Tischtennis laden zudem abseits der Arbeit zum Entspannen ein. Was auch sehr cool ist, dass man hier zum Beispiel auch freie Getränke hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr angenehm, kommst her, nimmst dir eine Flasche mit und bist dann in ein Büro unterwegs, holst dir einen Kaffee, der auch kostenlos ist. Es ist sehr angenehm. Neben attraktiven Stellenangeboten setzen wir auf die eigene Ausbildung unserer zukünftigen Mitarbeiter und bieten unserem Nachwuchs interessante Perspektiven als Fachinformatiker, Elektroniker oder als Kaufraub-Kaufmann für Bürokommunikation. Man durchläuft die Abteilungen einzeln und fängt auch im Netzwerk an. Wir haben hier quasi alles da. Man hört es nicht nur theoretisch in der Schule, sonst kann man diesen großen Chorhuter auch mal sehen. Nutzen Sie Ihre Chance, am Erfolg eines jungen und dynamischen Unternehmens mitzuwirken. Alle Stellenangebote finden Sie in unserem Bewerberportal unter jobs.hetzner.de Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!